Reaktionsmeister In dieser Übung trainieren wir die Reaktion des Torhüters. Bauen Sie dazu zwei farblich unterschiedliche Hütchen im Abstand von 4 Metern vor der Torlinie auf. Dazwischen befindet sich ein Linemarker. Die Übung beginnt mit einem halbhohen zentralen Ball aus der Hand des Trainers. Nachdem der Torwart diesen vor der Brust gesichert hat, folgt eine Farbansage des Trainers. Blau oder Gelb. Der Torwart läuft das Hütchen ab und bekommt einen Aufsetzerball des Trainers aus kurzer Distanz in die Tormitte. Achten Sie als Trainer auf die Ausführung des Aufsetzerballs und auf die Bewegung des Keepers nach vorne. Die Arme sollten hier in der Vorhalte bleiben, um den Ball so früh wie möglich zu erreichen. Die Arme ist ein Rekord. 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 Variante Der Torwart startet im Liegen und mit Rücken zum Trainer. Auf Kommando rollt er sich nach vorne und bekommt kurz darauf einen flachen Ball zugespielt. Anschließend führt er einen Auftaktschritt nach vorne aus und hält einen flachen zentralen Ball. Währenddessen bekommt er die Farbansage und muss im Anschluss versuchen, das entsprechende Hütchen zu erreichen, ehe er wieder einen Aufsetzer-Schuss des Trainers parieren muss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.